In diesem heiligen Augenblick ist die Erlösung gekommen. Kind Gottes, schau, die Erlösung ist jetzt gekommen. Die Erinnerung an Gott augenblicklich gegeben. Du bist befreit durch deine eigene Vergebung. Nichts ist geschehen. In Wahrheit ruhst du im Vater, im Himmel, dem Hause Gottes. Dort siehst du dich in geistiger Gesundheit und erinnerst dich an unser Einssein, der heiligen Beziehung im ewigen Leben. Hier erblickst du die Welt voller Wunder, klar und in leuchtendem Schweigen. Nun ist dein Geist frei, eine andere Wahl zu treffen und alles Träumen der Welt wird aufgehoben. Gott ist deine Ursache. Gott ist Sinn und Zweck. Er ist der Vater und du, Kind Gottes, sein Sohn und verleihst ihm die Vaterschaft. So ist der Kreis der Schöpfung ewig, ewig gebend und empfangend und unendliche Liebe schöpfend, indem du als sein wahres, lebendiges und geistiges Meisterwerk beständig im Frieden ruhst. In diesem heiligen Augenblick ist die Erlösung gekommen. Amen.